Herzlich Willkommen zum XXL Helden Podcast, dem Podcast für Menschen über 100 Kilo, die abnehmen wollen, ohne dabei zu hungern, sich durch Diäten zu quälen oder stundenlang in der Küche zu stehen. Ich bin Tim, ich habe mein Gewicht von 140 auf 70 Kilo halbiert und hier findest du echte Erfahrungsberichte und Tipps und Tricks aus der Praxis, die dir dabei helfen, deinen Wunschgewicht zu erreichen und auf Dauer zu halten. Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Episode des XXL Helden Podcast. Ich bin Tim und ich habe eine Frage an dich. Wie sieht es in deiner Wohnung aus? Ist alles sauber? Ist alles aufgeräumt oder eher weniger? Neben dem Thema Gesundheit, Sport, Abnehmen und so weiter, beschäftige ich mich natürlich auch viel mit der Selbstständigkeit. Und zwischen diesen beiden Welten, Selbstständigkeit und Abnehmen, entdecke ich immer viele Parallelen. Und im Unternehmertum sagt man so, geht es dir nicht gut, dann geht es auch dem Unternehmen nicht gut. Man sagt, das Unternehmen spiegelt das Innere des Geschäftsführers wider. Hat dieser Probleme? Dann hat es auch das Unternehmen. Niedrige Umsätze im Unternehmen sind dann ein Symptom für die inneren Konflikte des Unternehmers. Und das kann man auch sehr gut auf das Thema Abnehmen übertragen. Übergewicht ist oftmals ein Symptom für innere Konflikte. Wenn du innere Konflikte hast, wenn du Stress hast, wenn du Frust hast, wenn du unzufrieden bist mit dir, dann spiegelt sich das auch im Äußeren wieder. Beispielsweise durch Übergewicht. Und auch in deiner Wohnung, auf deinem Konto, in deiner Partnerschaft und so weiter. Es ist nicht selten, dass wenn Menschen beginnen abzunehmen, sie auch viele andere Bereiche ihres Lebens einmal ausmisten, sage ich mal. Die reflektieren nochmal ihre berufliche Laufbahn, ihre Partnerschaft und so weiter. Und sobald sie anfangen abzunehmen und die Unordnung im Inneren auch etwas aufzuräumen, dann spiegelt es es auch im Äußeren wieder. Ja, beispielsweise in der Wohnung. Es ist daher auch grundsätzlich nicht ausreichend, wenn man einfach mehr Sport macht und weniger isst. Das funktioniert kurzzeitig, aber du nimmst immer wieder zu. Der einzige Weg, langfristig abzunehmen, ist das Innere auch in Ordnung zu bringen. Ich gebe dir mal, das wird gleich alles ein bisschen klarer. Ich gebe dir hier nochmal einen kleinen Vergleich. Ich hatte vor, ist jetzt schon etwas länger her, aber trotzdem ist das noch ein ganz gutes Beispiel. Vor längerer Zeit hatte ich jetzt das Problem der trockenen Augen. Das ist entstanden, weil ich zu der Zeit an meinem zweiten Buch geschrieben habe, an der zweiten Auflage von Klick im Kopf und ich zu dieser Zeit sehr viel am PC gearbeitet habe. Und dadurch sind meine Augen immer etwas ausgetrocknet. Also bin ich zur Apotheke gelaufen, habe mir Augentropfen geholt und habe dadurch das Problem der trockenen Augen erst mal bekämpft. Dachte ich, ich habe das Symptom bekämpft, trockenen Augen. Die Ursache blieb aber bestehen. Ich habe zu viel am PC gearbeitet und dadurch sind die trockenen Augen entstanden. Die kann ich dann mit Augentropfen behandeln, aber die kommen immer wieder zurück, wenn ich nicht aufhöre, so viel am PC zu arbeiten. Das musste ich ändern. Und Diäten sind auch nur oft eine Symptombekämpfung. Mit der Diät. Hier ist vielleicht nochmal ein anderes Beispiel. Vielleicht hören dir ein paar Studenten zu. Die kennen das vielleicht noch ganz gut. Das kenne ich auch noch aus meiner Studentenbude. Mit der Diät räumst du quasi einmal die Spüle leer. Einmal die Teller in der Spüle leer. Ja, die dreckigen Teller werden gespült, werden eingeräumt und die Küche wird mal klar Schiff gemacht. Aber das lehrt dir nicht die Gewohnheit, die Teller direkt nach der Verwendung einmal zu spülen, damit es gar nicht erst zu dreckigen Tellern in der Spüle kommt. Du hast das Problem dann kurzzeitig beseitigt, aber in drei Wochen ist die Spüle wieder voller Teller. Worauf ich hinaus möchte ist, entrümple in deinem Leben. Entrümple nicht nur im Inneren, sondern auch wirklich das Physische, dein Umfeld, dein Keller. Auch die Bekanntschaften. Auch zum Beispiel sowas wie dein Laptop oder sowas. Hast du da vielleicht tausende Ordner mit tausenden verschiedenen Dokumenten, die überhaupt nicht mehr irgendwie zuzuordnen sind? Ist dein gesamter Laptop-Inhalt ein komplettes Chaos? Sind die Regale in deiner Wohnung ein Chaos? Ist deine Wohnung generell ein Chaos? Ist es mittlerweile so, dass du alles und jedem auf Social Media folgst und das überhaupt nicht mehr mal ausgemistet hast? Das wird sich auch in deinem Äußeren zeigen. Ich gebe dir auch noch mal ein anderes Beispiel. Ich bin vor kurzem umgezogen und ich hatte auch noch Geschirr aus meiner alten Wohnung, das ich ganz einfach hätte mitnehmen können. Aber das ist Geschirr aus einem anderen Lebensabschnitt von mir, von einer alten Version von mir. Das ist ein Geschirr, das gehört zu einem alten Leben, mit dem ich nichts mehr zu tun haben möchte. Also habe ich tatsächlich Neues gekauft. Auch wenn ich ohne Probleme das Alte hätte benutzen können. Und ich weiß, dass da jetzt Stimmen laut werden und sagen, das war Verschwendung und so weiter. Aber dieses Geschirr war nicht nur Geschirr, das war Ballast, das mich an mein altes Leben erinnerte. Und jedes Mal, wenn ich dieses Geschirr benutzt hätte, hätte ich daran gedacht. Und das hält mich quasi immer wieder mit einem Fuß in diesem alten Leben. Dein Umfeld hat verdammt viel Einwirkung auf das, was du tust und auf deine Ergebnisse. Und die Wohnung zu entrümpeln, ist die einfachste Möglichkeit, ein besseres Umfeld zu erschaffen. Du musst nicht direkt anfangen, damit deinen Job zu hinterfragen, deine Beziehung zu hinterfragen, dein was weiß ich nicht was zu hinterfragen. Ich lege dir ans Herz, in den nächsten Tagen mal bei dir zu entrümpeln. Du musst nicht direkt mit Job, Beziehung und dergleichen anfangen. Aber mit sowas wie Wohnung oder dem, was du auf Social Media konsumierst, Bekanntschaften, deinem Laptop oder sowas, einfach mal entrümpeln. Denn die Chancen stehen relativ hoch, dass in deiner Wohnung oder auf deinem Laptop und so weiter Unordnung herrscht. Und das zeigt sich immer nach außen, beziehungsweise auch, beziehungsweise wenn es in deinem Umfeld immer so unordentlich ist, dann ist das bei dir auch innerlich so. Also dein Umfeld und deine Umwelt formt dich extrem. Du kannst nicht neue große Ziele erreichen in demselben Umfeld, in dem du aufgewachsen bist, die zu aktuellen Situationen geführt haben. Mit 18 damals hatte ich eine extrem unordentliche Wohnung. Ich hatte meine Zeit fast nur mit meinen Zockerkollegen verbracht. Und mal ehrlich, wie sollte ich denn in so einem Umfeld zu einer neuen Person heranwachsen? Das geht doch gar nicht. Und auch mein letzter frischer Umzug, der macht streng genommen, wenn man das rein logisch betrachtet, gar nicht so viel Sinn. Ich bin selbstständig, das heißt, ich muss, ich bin überhaupt nicht ortsgebunden oder sowas. Ich muss für meine Arbeit nirgendwo erscheinen. Ich brauche zum Arbeiten nur einen Laptop. Ich kann von überall aus arbeiten oder auch wohnen. Wenn ich es ganz logisch betrachtet hätte, dann, naja, dann wäre ich vielleicht einfach zu meinen Eltern zurückgegangen oder sowas und hätte mir dort halt ordentlich etwas an Miete sparen können. Ich meine, da hätte ich auch etwas an Miete bezahlt, schon allein aus Anstand, aber bei weitem nicht das, was ich heute an Miete für meine eigene Wohnung zahle. Aber ich wollte ein neues Leben anfangen. Ich wollte aus dem gewohnten Umfeld heraus. Ich habe mich für meine eigene Wohnung entschieden, obwohl das eigentlich gar nicht sonderlich rein logisch betrachtet nicht viel Sinn macht, weil ich diesen Anspruch an mich hatte. Und das aus dem selben Grund, weshalb ich das alte Geschirr nicht mitgenommen hatte. Es ist, wenn ich das mache, das alte Geschirr mitnehmen beispielsweise, dann bin ich immer mit einem Fuß in dem alten Leben. Ich musste auch aus meinem gewohnten Umfeld raus und deshalb habe ich mich dazu entschieden, hier in eine neue Wohnung zu ziehen, obwohl es rein logisch betrachtet keinen Sinn macht. Und du musst jetzt nicht umziehen. Du musst nicht irgendwie deine Beziehung beenden und du musst auch nicht einen neuen Job suchen oder sowas. Aber sei dir bewusst, dass dein Umfeld extreme Einwirkungen darauf hat, wie du dich als Person entwickelst. Und du kannst dir ja fragen, dein aktuelles Umfeld spiegelt das die Person wieder, die du gerne sein würdest. Wichtig, die du gerne sein würdest. Oder spiegelt es die alte Person wieder, von der du dich eigentlich wegentwickeln möchtest. Falls ja, dann machst du es dir unnötig schwer, eine neue Person zu werden. Befreie dich von dem Gerümpel. Wirklich, du wirst es dir danken. Nimm dir die nächsten Wochen Zeit und entrümpel mal wirklich. Und wenn dir, geht durch deine ganze Wohnung. Ich mache das auch regelmäßig und es ist immer unheimlich befreiend, mein Umfeld einfach mal von Gerümpel zu befreien. Du wirst merken, wie es dir innerlich wirklich viel besser gehen wird. Denn abnehmen passiert nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Physischer Ballast, das sind zum einen überschüssige Funde. Zum anderen aber natürlich auch sowas wie altes Geschirr, alte Dinge, die du bei dir angehäuft hast, mit denen du vielleicht gar nichts mehr machst, die einfach nur noch Platz wegnehmen und so weiter. Zum anderen natürlich auch geistiger Ballast, das sind sowas wie Sorgen, Ängste und selbst erzeugter Druck. Auch das muss alles weg, aber dazu habe ich schon viele Episoden aufgenommen und dazu wird es auch noch einige Episoden, das werden noch einige Episoden kommen. Ich weiß nicht genau, wo ich diesen Spruch gehört habe, aber ich habe ihn mal aufgeschnappt und der heißt How you do one thing is how you do everything. Zu deutsch, wie du eine Sache erledigst, so erledigst du auch alle Dinge. Die Menschen ohne Struktur, die keine Ziele im Leben haben, die keinen Plan haben, die immer so in den Tag hinein leben, das sind auch meistens die, die eine unordentliche Wohnung haben, ein unordentliches Auto, wo die Schubladen vollgestopft sind, die unnötige Dinge ansammeln und so weiter. Denn so sieht es auch in ihnen drinnen aus. Vollgestopft, unordentlich, planlos. Und das überträgt sich auch auf alles. Wenn du abnehmen willst, dann befreist du deinen Körper von überflüssigem Müll. Und ich verspreche dir, dir wird das hundertmal leichter fallen, wenn deine Umgebung aufgeräumt ist und du mal entrümpelst. Das funktioniert in beide Richtungen. Von außen nach innen und von innen nach außen. Wenn dein Äußeres vollgemüllt ist, unordentlich ist, vollgestopft ist, dann sieht das vermutlich bei dir innen drin auch so aus. Wenn dein Inneres aufgeräumt ist, du mit der Vergangenheit abgeschlossen hast, dir aufgearbeitet hast, dann wird es vermutlich auch über Zeit dein Äußeres Widerspiegeln. Und ich rate dir, beides in Einklang zu bringen. Und du kannst sehr einfach damit anfangen, indem du mal physisch bei dir entrümpelst. Und es ist ja sowieso zum Zeitpunkt dieser Aufnahme des Podcasts ein guter Zeitpunkt für einen Frühjahrsputz. Ich mache das auch gerade und ich kann dir nur raten, räum einmal dein Umfeld auf. Das war es für diese Episode und wir hören uns in den nächsten wieder. Ciao, Tim.